Mike lebt noch bei seiner Mutter. Mikes Mutter trinkt kein Alkohol mehr, darüber freuen sich beide sehr. Und er bekommt einen Brief von Chick. Er soll ihn aus dem Heim holen. Oh Mann, wann kommt Mike denn endlich? Ab zum Heim. Mike! Isa! Ich hab einen Brief von Chick bekommen. Aha, okay. Soll ich dir dabei helfen? Ja, komm mit. Sie gehen ins Heim, um Chick zu holen. Schnell weg hier. Ja, beeilen wir uns. Hallo Mama, das sind Chick und Isa. Können Sie bei uns bleiben? Ja, natürlich. Juhu, juhu.